Hallo bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit den Trennverfahren. Die unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften von miteinander vermischten Stoffen werden durch die Trennverfahren ausgenutzt, um diese voneinander zu trennen. Die Trennung von Stoffgemischen ist eine entscheidende Grundoperation in der Verfahrenstechnik. Die meisten Produkte chemischer Reaktionen sind Stoffgemische und müssen zur Weiterverarbeitung getrennt werden. In der Industrie kommen verschiedene Trennverfahren zum Einsatz. Oft werden dabei mehrere Trennverfahren nacheinander durchgeführt. Die Funktion der Trennverfahren ist sehr unterschiedlich. Die Reinigung von Produkten und die Abtrennung von Nebenprodukten. Das Recycling von Lösungsmitteln und nicht umgesetzten Reaktanten. Unterschieden werden homogene und heterogene Stoffgemische. Bei homogenen Stoffgemischen sind die beteiligten Stoffe bis zu den kleinsten Teilchen miteinander vermischt. Bei heterogenen Stoffgemischen sind die beteiligten Stoffe nicht bis zu den kleinsten Teilchen miteinander vermischt. Heterogene Mischungen können durch mechanische Trennverfahren getrennt werden. Ein Beispiel hier ist die Filtration. Durch molekulare Trennverfahren können homogene Mischungen getrennt werden. Diese Trennverfahren sind entweder geschwindigkeitsgesteuert oder gleichgewichtsbasiert. So bilden sich bei gleichgewichtsbasierten Trennprozessen zwei nicht mischbare Phasen unterschiedlicher Zusammensetzung. Ein Beispiel ist die Destillation. Der Dampf bei der Destillation hat eine andere Zusammensetzung als die Flüssigkeit. Auf unterschiedlichen Transportgeschwindigkeiten von Verbindungen durch ein Medium basieren die geschwindigkeitsgesteuerten Prozesse. Beispiele hierfür sind die Absorption, der Ionenaustausch oder die Kristallisation. In der Industrie wird zur Aufrennung eines homogenen Gemisch in zwei Phasen am häufigsten ein Energietrennmittel verwendet. So erzeugt ein Energietrennmittel eine zweite Phase, die sich von der ersten Phase in ihrer Zusammensetzung unterscheidet und mit dieser nicht mischbar ist. Die Zugabe von Wärme zu einer Flüssigkeit führt zur Bildung von Dampf. Unterschieden werden mechanische und thermische Trennverfahren. Alle Trennverfahren, die auf der Einstellung eines thermodynamischen Phasengleichgewichts beruhen, sind thermische Trennverfahren. So stellt sich bei der Destillation ein Gleichgewicht zwischen einer Flüssigphase und einer Dampfphase ein. Die Destillation funktioniert sehr gut bei einem Stoffgemisch, dessen Komponenten sehr unterschiedliche Siedepunkte haben. Bei der Kristallisation hingegen wird ein Stoff aus einer Lösung durch Kühlen abgeschieden. Wenn die Unterschiede der mechanischen Eigenschaften der Bestandteile eines Stoffgemisch genutzt werden, kommen mechanische Trennverfahren zum Einsatz. Die Magnetisierbarkeit wird bei magnetischen Stoffeigenschaften genutzt. Bei der Trennung nach Partikelgröße kommt unter anderem das Sieben und die Filtration zum Einsatz. Dichte Unterschiede von Stoffgemischen lassen sich unter anderem durch Abscheiden, Dekantation und Sedimentation ausnutzen. Die Trennung eines Stoffgemischs aufgrund unterschiedlicher Löslichkeit als Stoffeigenschaft ist mit mehreren Trenneffekten verbunden. So stellt sich bei der Extraktion ein Verteilungsgleichgewicht zwischen zwei Phasen ein. So wird der Wertstoff mit einem Schleppmittel aus einem Gemisch extrahiert. Im Anschluss muss der Wertstoff vom Schleppmittel getrennt werden. Das Wichtigste noch einmal gut zusammengefasst. Die unterschiedlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften von miteinander vermischten Stoffen werden durch die Trennverfahren ausgenutzt, um diese voneinander zu trennen. Die Trennung von Stoffgemischen ist eine entscheidende Grundoperation in der Verfahrenstechnik. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns. Und wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Chemie-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du unter dem folgenden Link abrufen. Ebenfalls steht dir im Google Play Store unsere Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up.